Musik Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online mit unserem Schurken Millimug. Wir sind jetzt Level 15 und sind hier im Bockland angekommen. Wir haben momentan drei Aufgaben aktuell, zwei davon sind aber orange, das heißt, ich glaube, fünf Level oder so über unserem Level, wenn ich mir das mal hier angucke, dann müsste doch eigentlich auch irgendwo stehen, ab welchem Level genau, 18. Ja, wir selber sind 15, das heißt, es ist drei Level über unserem. Und eine Aufgabe ist weiß, die ist also exakt unserem Level entsprechend und das ist hier mit Celandine Brandybock zu reden. Ja, und es gibt offenbar Ärger im Bockland. Oh, hallo Millimug, sehr gut, euch wiederzusehen. Ist es nicht schön, wieder zu Hause im Auenland zu sein? Das ist ja die, die wir ganz am Anfang im Epos als allererstes kennengelernt haben, in diesem szenerstischen Teil, da ist die ja mit irgendeinem Sackheimbeutel zusammen von den Räubern gefangen genommen worden. Herr Butterblümer hat euch geschickt. Er ist so ein angenehmer Geselle, immer freundlich zu reisen und halbwegs ehrlich und gewissenhaft. Nun, zumindest ehrlich. Seit kurzem geschehen seltsame Dinge hier im Bockland. Solltet ihr auf der Suche nach Arbeit oder Abenteuern sein, werdet ihr sicher fündig. Und wir haben ein Level ab. Wir sind jetzt Level 16. Meine neue Fähigkeit bekommen und zwar Gift neutralisieren. Sehr gut. Gut, neutralisiert Gift bei einem Verbündeten. Aha, das heißt aber nicht bei mir selber oder wie. Entfernt vom Ziel bis zu einem Effekt Gift von einer maximalen Stärke von 18. Das ist an sich nett, aber wie gesagt, nicht bei mir. Ich muss mal ganz kurz das auf mich... Das habe ich jetzt auf sie gemacht, ne? Hm, schade. Was haben wir denn hier noch? Eine neue Tat. Erfüllt Aufgaben im Bockland. Ja, weil wir jetzt eine angenommen haben. Wenn wir das fertig machen würden, würden wir 10 Punkte für den Shop bekommen, die Tugend Einfühlungsvermögen und unseren Ruf bei den Menschen erhöhen. So, wir gucken mal, was sie hier hat. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ja, sprich mal mit uns. Ja, wir suchen Arbeit. Wir sollen mit dem Bauer Maggot in Langfurch reden. Der Bauer Maggot, da waren wir ja in unserer Schurkenaufgabe. Der ist ja hier auf der anderen Seite vom Brandywine. Da hinten am anderen Ufer. Und dann wollen wir mal gucken. Hier sind ja auf jeden Fall noch ein paar Gestalten. Ihr seht, dass die Orangenaufgaben jetzt schon nur noch gelb sind, weil sie jetzt nur noch zwei Level höher sind. Ich möchte natürlich, dass die möglichst immer unserem Level entsprechen. Man kriegt zwar so mehr Erfahrungspunkte dafür, aber es ist eben auch schwieriger. Und da sich die nun mal im alten Wald befinden, ist das sowieso schon schwierig. Wir sollen eine ganze Menge Viehzeug sammeln. Und zwar makellose Bärenkörper, Keilerköpfe, Wolfskörper und Bärenfelle. Wenn ich mich nicht irre, sollen wir die sammeln, weil genau Arthur Heubank oder wie der heißt da dieses Gasthaus aufbauen will. Und der braucht ein bisschen Deko dafür. So, der möchte, dass wir Wildpilze sammeln. Und sie möchte Bären, Lenden und Keilerhaxen haben. Das finden wir alles hier draußen. Ich mache nochmal wieder die Namen aus. Oh, das ist für die Performance ja immer nicht verkehrt. Also die Wildpilze finden wir hier hinten, also im kleinen Sumpfgebiet. Und Bären und Schweine und Wölfe, die stehen halt hier in der Gegend überall rum. So, wollen wir dich da mal Aggro machen? Was ist denn hier schon wieder los? Es hakt schon wieder so extrem. Plopp, der hat uns einen Kopf hinterlassen. Sehr schön. Und dann wollen wir auch gleich noch den Bär mitnehmen. Und eine Keilerhaxen haben wir auch gleich noch bekommen. Von ihm haben wir den ganzen Körper bekommen. Vielleicht auch noch eine Lende. Ne, Fell war es, genau. So, hier drüben haben wir den nächsten Splitterhauer. Also auch ein Schwein. So, und da drüben ist der kleine Sumpf. Da sind diese glitschigen Schnecken drin. Und da findet man aber auch die Pilze. Wollen wir doch mal gucken. 20 Stück müssen wir hier sammeln. Sumpfpilze. So, das geht relativ easy. Es gibt hier so, ich weiß nicht, 5, 6 Schnecken oder so. Man kann den einigermaßen gut ausweichen. Man kann sie natürlich auch bekämpfen. Die hinterlassen dann immer mal so einen Schleimfleck auf dem Boden, wo man dann ja sehr langsam drin ist, wenn man da drin stecken bleibt. Dann kommt man sehr langsam nur wieder raus. So, wunderschön. Lecker Pilze. Die spawnen auch ziemlich schnell wieder. Meistens, wenn man hier auf einer Seite durch ist, dann sind wahrscheinlich jetzt schon die ersten, die wir gesammelt haben, wieder da. Uh, was höre ich da? Ah, da hinten kämpft einer. Sehr schön. Dann müssen wir das nicht machen. Aber er sammelt die Pilze gar nicht ein, oder? Doch, sammelt auch Pilze ein. Dann seht ihr da hinten, das ist schon wieder einer gespawnt von denen, die ich gerade eben selber schon gepflückt habe. Ah, wie viele haben wir? Jetzt haben wir die Hälfte. Die Hälfte aller Pilze. Ja, ihr seht, das geht recht flott. Ja, und die Bären, Wölfe und Keiler, die sind halt alle mehr oder weniger auf einem Fleck. Deswegen kann man die auch recht schnell sammeln. Und vor allem, es gibt ja meistens gleich zwei oder drei Aufgaben, wo man irgendwas von Schweinen oder Bären oder Wölfen kriegen soll. Das heißt, immer gleich alle Aufgaben annehmen, dann kann man die gleichzeitig abhandeln. Und da kriegt man dann richtig schön viel Erfahrungspunkte. Und es dauert auch nicht so lange, wie wenn man alles einzeln macht. So, noch fünf Stück. So, da kommt eine Schnecke. Doch nicht. Feldschnecke. Widerliche Feldschnecke. Alles Klärchen. Die hätten wir schon mal. Dann wollen wir hier oben noch mal ein paar mehr von den Viechern besiegen. Ich glaube, mit Level 15 oder so, oder war es 18, da konnte man auch irgendwie so Wurfmesser oder Wurfexte oder irgendwie sowas lernen. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Die kann ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob man die irgendwo kaufen kann. Das ist schon möglich. Aber auf jeden Fall kann sie der Waffenschmied herstellen. Komm, Wölfchen. Ja, ihr seht ja, die sind hier recht gut vertreten, die Viecher. Deswegen, das geht schon einigermaßen flott. Ich glaube, mir fehlen am Ende meistens irgendwie noch die Schweine oder so. Denen umschwirren schon die Fliegen. So, der Bär. Nicht zu nah an die Krähen. Den müssen wir jetzt nicht auch noch mal extra pullen. Sehr gut. Hinüber ist das gute Tierchen. Da vorne ist noch ein Schwein. Komm. Gut, gut, gut. So, man kann auch hier von außen schon in den alten Wald reingehen. Da gibt es auch immer mal wieder ein paar Zuwege. Da merkt man dann auch gleich, da verändert sich das Licht. Da ist ja meistens die Sonne weg und es wird so ein bisschen nebliger oder diesiger, sobald man im Bereich ist vom alten Wald. Und wir bleiben aber erstmal hier draußen, weil ich glaube, wenn man zu weit drin ist, dann zählt es auch nicht mehr. Das ist natürlich doof, dass der jetzt hier auch die gleiche Quest hat, weil die Tiere, die spawnen, habe ich zumindest den Eindruck immer nicht so schnell wieder. Und solange ich nicht mindestens auch einmal draufgeschlagen habe, zählen die halt nicht für mich. Ich weiß auch gar nicht, ob einmal draufschlagen reicht. Also man muss auf jeden Fall im Kampf beteiligt sein. Es reicht nicht nur irgendwie daneben zu stehen und so zu gucken. Aber eigentlich kann man sich jetzt Kills nicht mehr so richtig klauen. Früher war das halt so, dass derjenige, der das Vieh am Ende umgebracht hat, für den hat es halt gezählt. Und selbst wenn der nur ein einziges Mal draufgeschlagen hat. Das ist natürlich nicht so toll. Was mache ich das mal? Ich will jetzt nicht vergiftet, aber... Hier ist schon mal nichts mehr in der Ecke. So ein Stückchen weiter gehen. Da drüben sehe ich einen roten Punkt auf der Map. Das heißt, da wird ja wo irgendjemand sein. Bestimmt irgendeins von den Viechern, die ich brauche. So sieht es aus. Ein Wolf. Komm schon. Sehr schön. Also was brauchen wir denn jetzt noch? Wölfe und Bären und Bären und Keiler. Okay, wir brauchen nach wie vor noch alle Viecher. Fastona oder Fatonia oder wer ist das? Fastona. Ah, ist ein Bär. Oh, er hat mich hier betäubt. Da habe ich jetzt so langsam drauf reagiert, wie ich das mitgekriegt habe. Weil ich dachte, dass irgendwas anderes passiert. Ich habe ja auch eine Fähigkeit, mich da wieder aufwecken zu lassen. Ah, hier sitzt der Ast im Weg. Ja, also selbst wenn ihr nah genug dran seid, aber es ist halt was dazwischen, dann blockiert das eben den direkten Zugang zu dem Vieh. Da ist sozusagen eine Barriere dazwischen, irgendeine Behinderung. Und dann kann man eben nicht angreifen. Selbst wenn man selber als Zuschauer sozusagen, ich schwebe ja jetzt hinter ihm, wenn ich den sehen kann, dann kann er ihn halt nicht sehen, weil er ist natürlich ein ganzes Stück niedriger. So, da ist noch ein Bär. Also Bären und Keiler. Gut, Wölfe brauchen wir schon nicht mehr. Zack, ist ja irgendwo noch einer. Ist das da? Ist da noch was? Ja, ist doch noch irgendein Punkt. Ne, das ist schon eine Fledermaus. Ich glaube, da sind wir dann schon im alten Wald. Ne, ne, wir müssen schon im Bockland bleiben. Jetzt bin ich verwundet. Da tickert hier das Leben weg. Elf. Na, seht ihr jetzt, wie diesig das ist? Das ist dann halt so im alten Wald. Da ist ein Schwein. Na, du Sau. Die können, wenn sie so anstürmen, einen halt auch ganz schnell mal betäuben. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Schweinchen und ein paar Bärchen. Den Wolf, den lassen wir mal links liegen. Weil es gibt natürlich auch wieder die Tat, dass man Wölfe im Breland besiegen soll. Hm, ist alles total wie ausgestorben hier. Nichts da. Da haben wir also langsam wieder... Also, der Pfeil zeigt zwar, dass hier drüben noch irgendwo was ist, aber... Ja, da ist Fastona wahrscheinlich schneller gewesen als wir. Ich sehe auch nichts. Da drüben wird wieder was angezeigt. Irgendwo hier hinten gibt es auch so eine Ruine. Da sind ganz viele Bären. Aber ich befürchte, das ist ein Wolf. Ich befürchte, das ist schon zu weit weg und bringt mir nichts. Schade, dass man hier nicht nochmal extra schnell rennen kann. Bin ich immer von anderen Spielen gewöhnt. Ich drücke hier ständig auf die Shift-Taste, weil ich denke, ich laufe dann schneller. Das tue ich aber gar nicht. Ja! So, jetzt brauchen wir also nur noch ein Schwein, was was droppt. Und ansonsten nur noch Bären. Da drüben ist ein Schwein. Da sind sogar zwei Schweine. Falls also einer nichts droppt, dann haben wir immer noch ein anderes Schwein. Obwohl, ich nehme erstmal den hier. Da hinten ist auch noch ein Bär. Ich sehe dich schon. Der hat tatsächlich nichts fallen gelassen. Frechheit. Ja, kannst dich bei deinem Kollegen bedanken, ne? Auch nicht. Sag mal, was ist denn hier los? Was? Was? Ja, ja. Brüll du nur. Nützt dir alles nichts. Hm. Da ist noch ein Bär. Da hinten sehe ich hinter dem Wolf noch ein Schwein. Ich brauche dringend mehr aktive Fähigkeiten. Ah, der Cooldown. Oder der Cooldown muss halt schneller vorbeigehen. Da hinten ist noch ein Schwein. Aber vielleicht lässt jetzt mal eins davon hier auch mal was fallen. Das wäre wirklich sehr nett. Nö. Tun die einfach nicht. Keiler Hax, da steht es doch aber. Na, vorher von jedem Schwein irgendwas bekommen. Teilweise sogar zwei Sachen. Und jetzt von keinem einzigen mehr was. Hey, weg da. Das ist mein Schwein. Jawoll. So, da haben wir noch einen Bär. Da brauchen wir... Ja, wenn wir Pech haben, noch zwei. Also obwohl, nee, wenn es gut geht, brauchen wir auf jeden Fall noch zwei. Wenn wir Pech haben, brauchen wir noch unendlich viele. Sehr gut. Und noch ein Bär, bitte. Ein Bär noch. Ist hinten vielleicht wieder einer gespawnt? Nö, nö, hm. Schade. Alles Wölfe. Wölfe brauche ich aber nicht mehr. Brauchen noch einen Bär. Ja, und dann können wir noch mal... Also können wir natürlich erst mal die abgeben. Und dann könnten wir theoretisch auch gleich noch mal rüber zu Maggot. Der will, glaube ich, dass wir auch in einen alten Wald gehen und irgendjemanden finden. Oder so Rollo Maggot oder was weiß ich was. Ah, da ist ein Bär. Es ist so entbehrt hier. So entbehrungsreich. Da haben wir doch noch einen. Zwei insgesamt sogar. Falls der hier jetzt nichts für uns hat. Brauch dein Fell. Sei nicht so knauserig. Jawollo. Sehr gut. Ab auf unser Frühlingsfestpferd. So, und dann sind, glaube ich, alle anderen Aufgaben, die wir hier noch annehmen können, im Bockland alle im alten Wald zu erledigen. Ich meine, es wird jetzt sowieso gerade dunkel, aber da ist es sowieso immer dunkel. Im alten Wald ist es immer tierisch dunkel. Seid gegrüßt. Wunderfeuer. Sehr schön. Was willst du noch? Ach, guten Tag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? So, der will, dass wir nochmal mit dem Thorsten reden. Aber zuerst würde ich sagen, der steht nämlich da vorm Hohen Haag. Das ist diese Hecke, die das Bockland umgibt. Und die Bockländer Hobbits von den Gefahren des alten Waldes sozusagen schützt. Dafür haben sie den Hohen Haag angelegt. Und in diesem Hohen Haag, also in dieser Hecke, da befindet sich ein Tor. Und da stehen die ganzen Questgeber davor. Und da kann man dann halt direkt durch. Na, da drüben sieht man die Anlegestelle auf der Auenlandseite. Und hier ist die Fähre auf der bockländischen Seite. Dann werden wir jetzt einfach mal rüberschwimmen, weil wir sind ja des Schwimmens fähig. Und ja, leider wäre natürlich cool, wenn man jetzt hier irgendwie den Fährmann hätte und sagen könnte, äh, fahr mich mal da rüber. Und dann macht er das. Macht er aber nicht. Da steht er ja mit seinen ganzen Hunden. Fang, Greif und Wolf. Genau. Riesige Viecher, wa? Also ich meine, die sind größer als die Hobbits. Der alte Wald. Was nun? Noch mehr verfluchte Fremdlinge? Na, bitte also. Lass mich in... Oh, Celadine Brandybock hat euch geschickt. Vor allem, ich bin ein Hobbit. Eigentlich sollte der nicht so unfreundlich zu mir sein. Nun, dann sollte ich wenigstens offen mit euch sprechen. Sie hat euch gesandt, um nach den Anzeichen zu fragen. Ich habe meinen Sohn Rollo, seinen Freund Doderik und Willi Mark Brandybock, einen meiner Knechte, bereits vor einer Weile damit losgeschickt. Mein Sohn hat diese Aufzeichnung niedergeschrieben, weil so wenige Hobbits hier den alten Wald kennen. Er hat wahrscheinlich im Gasthaus in Neuburg in der Nähe des Heutores in Bockland Halt gemacht. Wahrscheinlich sind alle drei so sehr mit den Zechen beschäftigt, dass sie ihre Pflichten ganz vergessen haben. Wenn ihr dort nach ihnen sucht, könntet ihr sie sicherlich überreden, euch die Aufzeichnung zu geben. Sprecht mit Rollo, Margat, Doderik Brandybock oder Willi Mark Brandybock in Neuburg. Pustekuchen, sage ich, Bauer Margat. Keiner von denen ist da. Ich glaube, die sind alle im alten Wald verschollen. Da haben wir vorne auch den Reitpunkt. Den wollen wir natürlich auch gleich nochmal freischalten. Nicht, dass ich den hier jemals benutzt hätte, aber ist ja auch so eine Sammelaufgabe. Ja, das Wertebefinden ist recht gut. Vielen Dank, der Herr. So, dann gucken wir doch mal. Hier ist doch Thorsten. Hallo. So, wir sollen mit was? Trummrig Lumpwurz in Neuburg sprechen. Um Gottes Willen. Äh, ja. Neuburg, das ist ja das Örtchen da hinten. Da werden wir dann vermutlich auch feststellen, dass der andere da nicht ist, wo er sein sollte. Und dann schicken die uns, glaube ich, sowieso alle wieder hier hin. Und dann, ja, machen wir das eben hier. Denke ich doch mal, wird dann die nächste oder vielleicht auch die nächsten zwei Folgen werden dann Alter Wald sein. Wenn wir uns da drin ein bisschen umgucken. Vielleicht sollte ich dann auch warten, bis Tag ist. Aber wie gesagt, da ist es eigentlich immer sehr dunkel. Ich glaube, es macht wirklich keinen Unterschied, ob man da tags oder nachts reingeht. Es ist einfach immer dunkel da drin. So, hier steht doch schon mal einer. Das ist schon mal Wilmack. Brandybock. Bauer Margot hat euch gesandt. Das hat mir gerade noch gefehlt, als ob es sonst nicht schon genug los wäre. Das große Volk hat alles, was wir eigentlich überbringen sollten, mitgenommen. Und dieser Rollo und Doderik sind einfach verschwunden. Frechheit. Auch wenn es euch sicher lästig ist. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Das glaube ich gerne. Wir sollen nämlich die gestohlenen Waren von Bauer Margot wieder einsammeln. Und zwar sind die da hinten in so einem Räuberlager. Okay. So reden wir noch mit dir. Seid gegrüßt. So, ja. Der wird uns helfen. Was hast du jetzt noch? Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Sprecht in Arturs Lager mit Arthur Heubank. Okay, das können wir auch noch mal machen. Und dann würde ich sagen, wir gucken noch mal, was die Räuber so für uns haben. Und ich wollte noch mal gucken, was habe ich denn jetzt hier noch so auf der Liste? Auenland. Das ist schon an. Das ist schon an. So. Das hier ist das Einzige, was wir da noch mit reinnehmen können. Alles andere, seht ihr ja, ist hier schon drin. Es ist sehr übersichtlich. Es ist aber genauso, wie ich das mag. Möglichst übersichtlich. Und dann wollen wir erst mal die Erzeugnisse von Margot wiederholen. Dann lege ich die mal als Fokus fest, damit ich auch nicht irgendwie daran vorbeireite aus Versehen. Dann sprechen wir noch mit dem Arthur Heubank. Aber ich glaube, der hat dann da auch noch mal eine ganze eigene Aufgabenquest. Die lassen wir dann da erst mal links liegen und kümmern uns dann um all die Aufgaben, die eben im Alten Wald zu erledigen sind. Und ja, da sollten wir dann vielleicht noch mal 1, 2 Level aufsteigen, denke ich mal, wenn wir die alle durch haben. Das sind nämlich eine ganze Menge. Und ich denke mal, dann können wir auch mit dem Epos wieder weitermachen. So, hier drüben sind nämlich mehrere Räuberlager gleich. Deswegen habe ich mir mal diesen Aufgabenpfeil gesetzt, damit ich jetzt nicht aus Versehen ins Falsche reite. Also eigentlich ist hier drüben diese ganze Bergflanke voll mit Räuberlagern. Einige oben, einige unten. Und jetzt, ja, müssen wir hier in dieses, ich glaube, hier unten, das ist von so einer Holzpalisade im Gehen. Da gibt es, glaube ich, zwei oder drei davon. Und in einem ist irgendwo so, am Lagerfeuer liegt da irgendwie eine Kiste oder irgendwie sowas. oder einen Sack oder sowas. So, hier ist nämlich die Palisade, aber wie gesagt, es gibt eins, zwei davon. Da sehen wir es ja, Feldfrüchte, na, ihr seht das schon blinken. Da müssen wir hin. Südländer Kriegerin, ganz schön blass für einen Südländer. Ja, auch die Südländer in Mittelerde sind ja ein bisschen dunkelhäutiger. So. Zack, das war's schon. Ja, der ganze Wagen und dann ausgeraubt und klein gehackt in winzige Stückchen und alles, was sie geklaut haben, war dieser eine Sack mit Früchten. Super. Hallo, Arthur. Ein Moment. So. Okay, alles andere lassen wir jetzt erstmal hier. Also er hat was und ich glaube, hier hinten ist aber auch noch, nee, hier ist erstmal gar nichts weiter. Ha, dann kommt das wahrscheinlich später erst. Oder willst du irgendwas aus dem alten Wald? Dann nehmen wir's an. Ach, komm hier, Lutz Farnrich, der ist hier drüben am Haus. Wir sollen ja nur mal kurz bei ihm klingeln. Wie lange kann das schon dauern? Dann nehmen wir das auch noch mit. Ihr seht, ich drifte immer weiter von meinem Plan ab. Nein, es geht wirklich schnell. Dann bringen wir wieder zurück und dann, ja, weiß ich gar nicht, dann will er aber glaube ich, dass wir hier Räuber töten. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Klingeling. Hi, Lutz. Oh, bitte, ja. Nicht in diesem Ton. So. Dann reden wir nochmal kurz mit dem Lutz und dann gehen wir wieder zurück ins Bockland und machen dann beim nächsten Mal im alten Wald weiter, der wirklich ein riesiges Labyrinth ist. Super, super unübersichtlich. Sehr, sehr dunkel, voller Gefahren. Ja, dann müssen wir gegen Wölfe, gegen Fledermäuse, gegen kranke Bären, ich glaube Spinnen gibt es auch, wandelnde Bäume, also Huorns gibt es da auch. Die sind natürlich mit die härtesten Gegner, weil es schon Elite-Gegner sind. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Und nun? Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ja, das machen wir dann ein andern Mal. Ne, und jetzt sind nämlich auch die anderen hier aufgeploppt. Da drüben ist einer und hier ist einer und ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendeiner hat doch was im alten Wald, oder nicht? Du? Angebot und Nachfrage. Könnt ihr mir behilflich sein? Ja, ich helfe euch aber später. Hier geht es auch noch mal in den alten Wald rein, aber ehe ich mich da jetzt wieder durchgefummelt habe ins Bockland, da reite ich doch lieber außen drumrum. Und wir sehen uns gleich im Bockland wieder. Und da komme ich gerade durchs Bockland-Tor wieder rein ins Bockland und wir müssen noch mal mit Wilmark Brandybock reden und ihm die Erzeugnisse von Magath wiedergeben. Es tut mir leid, ich war im Gedanken ganz woanders. Ihr habt die Erzeugnisse gefunden, ich kann euch nicht genug danken. Ich hatte schon befürchtet, alles wäre verloren, aber jetzt habe ich eine weitere Sorge. Rollo und Doderick. Oh nein! Ich hoffe, ich belästige euch nicht. Dürfte ich vielleicht mit euch sprechen? Ja, wir sollen mit Sarah-Doc-Brandybock im Brandy-Schloss reden. Okay. Das ist ja auch gleich nochmal hier. Wow, was haben wir denn jetzt hier alles bekommen? Ah ja, wir haben Aufgaben im Auenland erfüllt. Naja gut, das Bockland zählt halt noch mit zum Auenland vermutlich und kriegen dafür auch 10 Punkte. Und die Tugend mit Gefühl können wir uns gleich nochmal angucken. Ein bisschen Ruf bei der Massam-Gesellschaft und können gleich weitermachen, noch mehr Aufgaben zu erfüllen, würden nochmal 10 Punkte dafür kriegen. Ja, hier seht ihr es, 10 Punkte. Dann reden wir nochmal mit Sarah-Doc-Brandybock. Das ist, glaube ich, das ist dann, glaube ich, wirklich die letzte Aufgabe hier und dann geht es in den Altenwald. So, das Brandy-Schloss, das ist ja hier dieser ganze riesige Berg, sage ich mal. Da ist also diese riesen Hobbit-Höhle, das ist eben das Brandy-Schloss von den Brandybocks. Da haben die sich hier eingegraben, ist der riesen Familienwohnsitz von denen. Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht genau, Sarah-Doc-Brandybock ist jetzt aber eigentlich nicht das Oberhaupt der Brandybocks, oder doch? So, wollen wir doch mal sehen. Hallöchen. Einen Moment. Margots Knecht schickt euch wegen Rollo, dann haben die beiden Jungen nicht auf mich gehört und machen, was sie wollen. Diese Narren. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Findet Dodrik Brandybock. Tja, und Dodrik Brandybock, der befindet sich nun mal im Altenwald und wir werden jetzt da zum Eingang gehen, zum zum Hohen Haag und durch das Loch, durch das man dann eben durchgehen kann. Da ist normalerweise ein Tor drin, was gut verschlossen ist, damit auf gar keinen Fall irgendwelches Viehzeug durchkommt, natürlich von Seiten des Altenwaldes und hier geht nämlich der Weg lang, da nehmen wir hier die ganzen Aufgaben an und in der nächsten Folge schlagen wir uns dann eben da durch. So, Brumwald Stollen will, dass wir Bären im Altenwald töten. Hodrik Strafgürtel will, dass wir Fledermäuse töten und Berangar Hochkub Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Der will, dass wir Wölfe im Altenwald töten. Also im Prinzip mehr oder weniger das gleiche, wie gerade eben hier im Bockland, nur dass es keine Schweine, sondern Fledermäuse sind. Bitte wartet eine Minute. So, und der ist ein bisschen praktisch veranlagt. Der will, dass wir getrocknetes Holz, schmackhafte Pilze und einen Eimer Ahornharz sammeln. Okay. So, wunderbar. Ja, und damit würde ich doch sagen, hier vor dem Loch zum Alten Wald ist die Folge dann auch schon wieder zu Ende und ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe online. Bis dann, ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020